Was wir jetzt auch machen, weil es ist ja ein Feature, kannst du den Charge-Skill mit der linken rechten Taste des Shortcut-Sticks verwenden, anstatt eine Taste gedrückt zu halten. Das ist gut. Unbesiegbarkeit ist aber noch besser. Richtig? Weil dann stürzen wir ja einfach ab und denken uns so, na und? Was kümmert's mich? Wir springen unendlich. Man muss es ja jetzt trotzdem nicht provozieren. Ich kümmere mich in Scheißdreck um eure Regeln. Ich will hier einfach nur mit weniger grauen Haaren rausgehen, als ich eh schon habe. Ich habe keine. Ich muss mich warten, bis das Ding wieder da ist. Ich weiß, dass es unnötig ist. Fuck! Aber naja. So, jetzt kommt die Kack-Stelle, glaube ich. Nice. Können wir jetzt einfach dann gehen? Ich will diesen Dungeon nur noch hinter mich bringen und nie wiedersehen. Wirklich. Ich will ihn nie wiedersehen. Ich will sowas... Das ist eine Abomination. Das will ich an sich nicht mehr in meinem Leben sehen. Scheißegal, wie viele Tränke ich hier lasse. Ich mache diesen Bossblatt. Ich sehe keinen anderen Sinn mehr darin. Der Dungeon hat keine Schlüssel. Er hat viel Schlimmeres. Er hat... Das Ding! Und Sachen, wo ich die Barriere... Was ist das für eine ekelhafte Fotz? Einfach drauf einprügeln. Einfach drauf einschlagen, als gäbe es keinen Morgen. Guck dir das Ding an mit seinen ekelhaften Hängebrüsten. Also, weil ich unbesiegbar bin, nehme ich auch durch nichts Schaden. Das ist geil. Schon langweilig. Ich werde es instant bereuen. Ich sage ja, ich werde es instant bereuen. Scheißegal. Fühle ich mich gut dabei? Ja, hell yeah, Alter! Tod denen, die sich auf diese Scheiße hier einlassen. Das mache ich nicht, Alter. Schluss, fertig. Ja, Gott sei Dank. Chausen. Belohnung 1250 XP. Die nehme ich sowas von. Ihr Drecksäcke. Also, das ist doch einfach... Ja, tschüss, Alter. Only a heartbeat away. Errungenschaft freigeschaltet. Tschüss, tschüss, tschüss. Nächster Dungeon, dann machen wir das Ding hier fertig. Äh, äh. Nein. Sowas mache ich nicht. Nochmal gut. Alter. Platforming Dungeons mit so Features. Nein. Hätte ich eine extra Dash... Hätte ich eine... Nein! Keine Ahnung, wie der hieß. Ähm, hätte ich eine extra Taste... Ähm. Äh. Auf der ich dashen könnte. Und nicht irgendwas gedrückt halten müsste. Ich meine, ich könnte das in der Barrierefreiheit einstellen. Und vielleicht sollte ich das tun. Ne, wir probieren es einfach jetzt mal so, wie es intended ist. Aber die Scheiße tue ich mir nicht an. Ich meine, es reicht, dass ich so eine Passage jetzt gleich wieder habe, um weiterzukommen. Das ist halt original, dass wir standen davor. Oh, jetzt will ich die ganze Zeit, ähm, triple jumpen. Kann ich aber nicht. Oh nein, jetzt muss ich hier wieder zurück, Alter. Ja gut, wir haben gespeichert. Wir haben es einmal hierher geschafft, dann werden wir es auch wieder zurückschaffen. Richtig, richtig, genau. Ich darf dann nur nicht zu früh loslassen, weil sonst dash ich jetzt hier Richtung, äh... Arschloch. Wurde es einfach geschlitzt. Ah! Oh Gottes Willen, das war knapp. Weil wir wollen ja nicht in der flüssigen Lava landen. Richtig, richtig. Gibt es auch Hardlava? Wahrscheinlich. Gesteinert man das, Idiot. Haha! Dachtet ihr kommt, ich komme da nicht hin, was? Aber ich komme überall hin, wo ich hin will. Denn ich bin Alzedor. Mächtiger Kacklappen. Von Kacklappenhausen. Und geht das dann... Ich kann also die Skills nicht aneinander anketten. Ist das richtig? Also ich kann nicht, ich kann nicht machen, Hap und dann... Doch, das könnte schon gehen. Oh nein! Pfff! Wisst ihr was? Ich bin kein Freund dieses Features. Kein Freund dieses Features. Absolut kein Freund dieses fucking Features. Das ist das beste Feature. Weißt du, ein Double Jump. Würde ich sofort nehmen. Verarsch mich. Verarsch mich einfach. Ich hasse mein Leben. Ich mache mir das Spiel einfach. Ganz ehrlich. Sehe ich nicht. Hallo, was ist das hier für ein Puff? Ich bin Alzedor. Der Puff gehört mir. Ähm. Tjo, Gesundheit, danke. Oh, ja, ja, ja. Es kommt wieder. Danke, danke, danke. Ein Fremder. Ihr seid hier seit Tage eine Seltenheit. Was führt euch in meine bescheidene Hütte? Der Unendlichkeits-Jump. Was? Mich töten? Das ist doch lächerlich. Ich bin harmlos. Könnt ihr mich nicht verschonen? Verschont mich. Verschone. Töten. Verschone. Verschone. Ihr habt mir einen großen Gefallen getan. Bitte nehmt dieses Gold. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege eines Tages erneut? Ähm. Ich finde das Monster ötlich von Kastski. Kehr zu Caroline nach Kast... Achso. Das war eine Quest. Upsi. Ja, kann ich ja nicht wissen. Hier hinten geht's noch nicht mehr weiter, Alter. So. So. Wenn wir die Brücke aktiviert haben, können wir ja auch wieder gechillt rüber. Nein! Annegret. War eindeutig nur sie. Ich weiß gar nicht. Ich bin hier für Diversität zuständig. Mach keinen Scheiß! Fester Boden unter den Füßen, Alter. Göttlich! Ach du Schrieße! Und für alles inzwischen... Oh, weh. 7500 Punkte zum Aufleveln, gell? Katsuki. Kastki. Kat-K-Kat-Katatsuki. Shit. Kehr zu Caroline nach Kastki zurück. Was hat sie gekillt? Naja, dann haben wir 400 Gold bekommen. Oh geil, ich kann da oben drauf stehen. Nice. Verbreitet sich schnell weiter so, dann brauche ich auch eure Hilfe. Ja. Okay, also... Wir sollen noch ein paar Quests erledigen, dann läuft das hier. Alles klar. Gut, die eine hat es jetzt halt nicht geschafft. Es tut mir halt leid. Ich wusste ja nicht, dass das Skelett, das war so nett zu mir und dass das direkt dann Leute tötet. Sind jetzt alle tot eigentlich? Ne. Eben. Richtig. Ah ja, stimmt. So geht es schon fast ein Jahr lang. Kann ich ja nichts für. Hast du noch was? Nö. Sehr schön, dann können wir jetzt wieder Kohle sparen, wenn wir ins nächste und letzte Dorf dann wahrscheinlich kommen. Wir speichern einmal. Werden unseres Lebens glücklich und froh. Liege bitte still in den Sperr zerschlacht. Ähm. Ich muss ja jetzt auch nicht übertreiben, richtig? Richtig. Nein, nicht die Nacht. Barrierefreiheit und Besiegbarkeit, Lux. Kann ich da runter eigentlich? Offensichtlich. Darzow. Ja, dann fehlt jetzt nur noch eine Sache, die wir erledigen müssen. Und das ist eigentlich hinter Darzow, richtig? Das Land retten, genau. Den besessenen Ehemann. Belebt Paimon wieder und tötet ihn. Schafft ein Elixier. Genau. Kümmert euch um den Besessenen. Wie auch immer ich das mache. Ich hab keine Ahnung. Hab ich dafür irgendeinen Zauber inzwischen? Ne. Vielleicht bekomme ich ja wirklich noch so einen Lichtzauber oder sowas. Im letzten Kackloch. Tot. Tot. Den Ungläubigen. Ja, gehen wir mal weiter jetzt, wo wir ja den Dash haben. Der wundervolle Kackdash. Der sich durch gedrückt halten der Angriffstaste aktivieren lässt. Auch in der Luft. Ja, da hat's auch Winnefret wieder erwischt. Kann man nix machen. Ich sterb doch hier. Wie zur Hölle soll ich das machen? Ohne Infinite Jumps. Ich war da oben drauf. Ich war da oben drauf. Ich war da drauf. Ich kotze einfach. Ganz ehrlich? Jetzt hat's das Spiel so weit gebracht, dass ich die einfach immer anlasse. Die Scheiße hier. Weil wisst ihr, was jetzt passiert? Richtig. Es fällt ne Brücke aus. Dann find ich's, du Arschloch. Da hinten ist auch nix mehr. Gut. Von mir aus auch das. Scheißegal. Ich geb' mir die Kacke hier nicht. Was ist das? Ist ja noch, ehrlich gesagt, ob das Platforming ist nicht frustrierend. Und dann kann Katski. Ah, der hübsche Hans. Bitte erzähl niemandem, der ich hier bin. Also, Thor. Sag mir das andere Passwort. Das Passwort, das ich in den anderen Bergen brauch, du Arschloch. Ach, da fallen die Steine runter. Oh, die fallen alle runter. Na, ist egal. Ich hab ja infinite Jumps. Ihr müsst das Passwort eingeben, um eintreten zu können. Halbscher Hans! Was ist das Passwort? Stoß mir jetzt so auf den Kopf. Mir ist scheißegal. Was ist da unten? Da unten muss auch noch irgendwas sein. Hm, der Tod. Na, damit für nix. Nee, nee, nee. Easy. Danke, Barrierefreiheit, dass du existierst. Du bist wahrlich prächtig. Du bist wundervoll. Wir lieben dich. Also, ich liebe dich. Andere werden dich auch lieben. Sicherlich. Du bist so wunderschön und so hold und so toll. Scheiße, es gibt gar keine Stadt mehr. Also, warum nicht? Die Gebete stillen den Schmerz der Schlacht. Karte. Was war am Kompelton-Friedhof? Warum kamen wir da nicht weiter? Das Plattformen würde ich auch so schaffen. Aber, ich sehe das jetzt gar nicht mehr ein, dem Spiel irgendwas an Triumphen hier zu schenken. Das sehe ich nicht. So, nein, die Schlotze? Ja, ist es. Natürlich. Was auch sonst. Warum sollte da keine Schlotze sein? Genau. 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 Na, ein Key. Lass mich bloß in Ruhe, ihr Meuchelmörder. Aber irgendwoher muss ich ja noch eine Rüstung und so weiter kriegen. Und ein Waffen-Upgrade. Weil eingetragen sind die ja. 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 Der Dungeon ist auf jeden Fall angenehmer als der letzte. Geil, noch ein Key. Schön, dass ich von Anfang an riechgegangen bin. Das ist der schlimmste... Das ist die schlimmste Stelle im Spiel, was Fallen angeht, Alter. Guck mal, ich mache es sogar wie Intended. Oh, warte. Okay, das war jetzt nicht ganz so wie Intended, aber... Hey. Damageless. Ihr raubt mir erst dann meine Continues, wenn ich echt dazu genötigt werde. Ich sehe das nicht ein. Boah, da wäre ich gestorben, Alter. Und es hätte mich so aufgeregt. Danke, Barrierefreiheit. Wir lieben dich. Wie ich diese Folge so nenne? Eventuell nenne ich sie so. Achso, ja klar. Man kann ja auch durch. Ja? Gibt ja dieses Feature. Gut, dass mich das nicht getroffen hat. Egal, wir haben noch zwei Continues. Wir haben ja noch zwei Continues. Und zur Not kommen wir immer wieder zurück, richtig? Oh, jetzt muss der Kollege da erst rüber. So. Ah, und jetzt muss ich hier rüber. Jetzt muss ich das hier machen. Alles klar, Gott. Mensch, das war ja sogar wie Intended. Gott, die Gamer. Alles explodiert nur noch. Da draußen fährt so ein Raser rum. Doch, geil. Danke. Jo Max, ja.